So, willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas und ohne langes herumlabern, weil Waffen und den ganzen Scheiß haben wir alles, Panzerung auch, passt. Ohne langes herumlabern, machen wir gleich die nächste Switcher-Mission mit Caesar, King in Exil. Sagt mir, glaube ich, irgendwas. Ach, ich glaube schon. Hey, Carl. Wie geht's, Sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home, and I'm gonna cat me some fucking dump dealers. Hey, look. You're going to the barrio with that Big Willie bullshit, and you're gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. You're stinking Grove Street for the smoke, and those chota pigs, Ted Benny and, and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no yet. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that Grove for Life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fiero, and the trunk comes back full of white. Shit. I gotta keep my eye on the highway to San Fiero. Maybe I'll see something. Just, just lay low, and I'll be back. Ja, zum Glück ist das aber eine Neemission, und das muss ich nicht machen. Zum Glück. Wenn er das meint. Hallo? Wann bist du, grösser? Ja. Wann hast du dich geholfen, ey? Well, ich war gerade überraschend, aber... Lieber! Du bist mit diesen schickigen Putas. Nein, nein. Wenn du mich einfach... Es ist silence. Geh hier. Wir haben Plätze, die zu robben. Schau, ich bin im Mittwoch von Scheiß, richtig? Silence! Mein Gott. Ich bin nicht so behindert von der Catalina. Das ist Hammer. Gut. Ah, geil, das Ding jetzt kann ich... Oh, nee. Oh, da... Warte mal, das war jetzt eine Zwischensequenz. Aber... Das war ja auch keine Mission, wenn man so nimmt. Oh Gott, das ist so weit weg. Ich hasse es. Warum muss die so weit am Arsch der Welt? Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir hier sind. Das ist richtig, ich kann jetzt von hier abhauen. Das heißt, wir werden jetzt einfach diesen verschissenen Weg fahren. Und dort werde ich dann den Partner in. Und ja, und dann geht jetzt aber normalerweise weiter mit. Jeder Mission ein Video, weil... Das kann ich ja jetzt nicht so einfach lassen. Das ist ja nicht mal die Minute gewesen, die Katzin. Das heißt, wir werden jetzt einfach den verkackten Weg fahren. Und dann der Catalina abbrechen. Und dann auch, jeder dann, ja, die nächsten drei Raubmesserne machen. Und dann aber die würde bescheuert, bevor sie auch erledigt. Weil die ist... Alter, die ist kank. Die, 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 die... Die nimmt den Kuhschreiber und schneit, glaub ich, den Typen, äh, mit dem, mit seinem eigenen Kuhschreiber die Kehle auf und, äh, und scheißt rein. Ich hab ne kranken Vollschreiber. Und was weiß ich, was die da macht. Ich find's gar nicht wissen, weil die, 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 die ist so krank. Sag mal! Was ist denn kaputt mit euch, meine Güte? Ja, der würde ich wirklich alles zutrauen. Also, ganz, der Schlimmste der Welt würde ich dir heute zutrauen. Also, ich hoffe, dass die Nimo jetzt ein Kind bekommt. Alter, wenn die ein Kind bekommen, äh, und wenn auch noch... Der... Alter, hallo! Das ist... Ha! Du fahrst doch, die Vollidiot! Wenn, äh, der... Ja, sag mal! Die vertreiben alle, so, wenn die Spuren wegs geht. Bam! So, wenn die Spuren, bam! Alter, so, wo weiß ich... Wenn die, äh, ein Kind haben würde, oder so, Ja, das Kind wahrscheinlich so, äh, schon alleine so crazy wegen der Mutter. Und wenn seine Fahrt auch noch so, äh, wenn, äh, ja, wenn der Vater auch noch so richtig crazy ist. Oh Gott, Alter. Also, wenn der Vater dann Serienmörder ist, oder was weiß ich was. Ja, dann ist aber hier jetzt ja alles vorbei. Ich wär nur gespannt, Alter, ich könnt kotzen! Wär nur gespannt, äh, wenn Katharina ja so, äh, richtig bescheuert cool ist. Und der Vater aber witzigerweise so ganz nett ist. Also, okay, ich glaub, weil er, äh, äh, der, äh, der Katharina letztlich mit dem nicht ein oder umgekehrt hat. Ich hab jetzt auch nie, weil ich denke, dass der Typ und so, wenn er nett wäre. Warte, nur muss ich da fahren. Äh, wenn ich gerade ausfahre, ist scheiße, wenn ich hier fahre. Äh, 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 Gott, wie kam ich denn hier zu der verkackten Straße so rum? Okay, wo ist das? Äh, ähm, ja, wenn der, wenn der Typ nicht so, äh, wenn der Typ so ganz normal wär, theoretisch normal, dann, er würdest du sicher nicht mit ihrer Einlass oder umgekehrt. Also, kann's auch nicht sein, dass, dass es dann irgendwie so 50, 50, 50, 50 Prozent, ja, das Baby ist komplett sick und 50 Prozent, ja, das Baby ist komplett normal. Pfff. Ach, was weiß ich. Ich muss ja auch irgendwie hier die, die ganze, äh, Fahrt hier zuflappern. Sonst ist ja auch lange. Okay, ich hätte ja auch nur das Video zwei Sekunden machen können, aber gut. Jetzt sind wir schon fast da und dann haben wir das auch wieder leicht. Ich weiß, wie jetzt schon wieder, dass ich komplett verfeilig bin. Aber auf jeden Fall, sag mal, hier und dann hier und dann haben wir das. Oh, Alter. So, jetzt rechts und dann einfach nur geradeaus. Oh, Mann, die muss ja wirklich am Arsch, weil sie warten, warten wohnen, meine ich. So, die, halt, warte mal hier. Hier wohnt die ja nicht. Wow. Oh, Gott. Die wohnt auf dem Berg oder auf dem Hügel. Aber das ist nicht hier. Das dann nämlich, das ist, ich muss noch über den Fluss. Oh, da war der Fluss. Ja, hier oben, wo wir uns sind. Ja, wir haben's. Haben wir hier raus. Nicht gegen den Baum, weil das wieder scheiße. Na, hier den kleinen Weg folgen. Easy. Und hier habe ich mich nie gegessen kann. Es gibt zwei Wege. Ich bin immer fast den falschen Weg gefahren. Und ich glaube, jetzt auch wieder. Warte mal. Fahre ich so rum? Fahre ich so... Ja, hier ist er. Perfekt. Oh, Gott, endlich. Was ein Dreck. Nur zum Glück hat die immer einen richtig geilen Wagen. Den können wir auch später noch mal für ein Rennen gebrauchen. Das ist schön. So, dann werde ich jetzt einmal hier speichern. Weil da seht ihr anscheinend doch. Ich habe nachgeguckt. Das seht ihr. Aber jetzt auch egal. So, gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns dann beim... Ja, bei der nächsten Mission. Also, bis dann. Dann. Dann.